Willkommen hier am Sonntagnachmittag zur letzten Partie Hamburg gegen Gladbach. Unglaublich viele lustige Momente haben wir an diesem Wochenende wieder gemeinsam erlebt. Ich hoffe, ihr habt euch die anderen neuen Partien vorher alle angeschaut. Da gab es sehr, sehr viel zu lachen. Ein Hin und Her, bis hier auch kein einziges Unentschieden. Sehr kurios, nachdem es am letzten Wochenende fast nur Unentschieden gab. Und ja, sagt mal, wie geht dieses letzte Match hier aus? Wer wird hier im Oberhaus gewinnen? Hamburg oder Gladbach? Ist natürlich eine sehr interessante Begegnung. Und da haben die Hamburger wohl gleich die erste Möglichkeit. Ja, super. Und Schuss. Ja, das muss eigentlich den Elfmeter geben, aber... Ich dachte schon, ja. Elfmeter gab es an diesem Wochenende tatsächlich noch nicht. Ansonsten war alles dabei. Ja, sogar ein Eigentor. Was nicht von Tom kam. Obwohl, jetzt haben wir Gladbach. Also da ist die Eigentor-Gefahr sehr hoch. Ja, aber dieses Mal spielt ich ja Gladbach. Also Gladbach... Ja, mit Gladbach hast du auch ein Eigentor schon gemacht. Am letzten Bundesliga-Wochenende. Ach ja. Ja, oh. Ja, stimmt. Gladbach ist momentan der Eigentor-König. Also mindestens fünf Eigentore gehen auf Gladbachs Konto. Na. Das ist eine Ansage. Mhm. Der Schuss ja auch. Mhm. So, ihr könnt natürlich auch sagen, was ihr am nächsten Bundesliga-Wochenende sehen wollt. Schreibt uns schön fleißig Kommentare, dann werdet ihr auch im Video erwähnt. Genau. Ich versuche jetzt hier mal zu schießen. Ah, komm. Raus mit der Kacke. Raus mit der Kacke. Raus mit der Kacke. Weiter. Ja. Genau. Warum habe ich eigentlich schon einen mit meinem Gelben? Ich kriege schon gar nichts für Witz hier. Oh, da bleibt einer liegen. Ah, jetzt hast du es endlich mal wieder geschafft. Ja, um die zehnte Minute herum. Das ist deine Zeit, wenn es um Verletzungen geht. Hä? 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 Keiner will ihn. Dann nehme ich mir doch die Pille, hä? Ja. Ja, das gefällt mir doch hier schon wieder. Genau nach meinem Geschmack. Super gut. Direkt rot für dich wieder, ne? In deinen Augen. Ja. Definitiv. Wer war jetzt Schiedsrichter? Äh, Jascha zu, Heide. Ach, Jascha, Jascha. Jascha, Jascha. Dankeschön. Ah, flotte Partie, aber ohne Torgelegenheiten. So richtig. Genau. Ja, das kannst du doch nicht weiterlaufen lassen, Jascha. Er kann. Jascha kann gar nichts. Er kann. Er kann gleich mal umgerammt werden. Er kann. Ja, das kann er wirklich. Genau. Oh, das funktioniert nichts mehr. Es funktioniert hier gar nichts mehr. Hör auf, mich nachzuplappern. Abseits. Ja, diesmal ein Lopfer-Tor. Geil. Endlich. Hat lang genug gedauert. Führung. Und es ist tatsächlich so gewesen an diesem Wochenende, wenn Führung ging das erste Mal, hat auch gewonnen. Ja. Ey, du hast für vorhin keine Karte mehr bekommen. Mhm. Unglaublich. Unglaublich, Jascha. Da bin ich enttäuscht. Weiter. Ja. Haha. Yo. Zuh. Ja, 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 ja. Mann. Cool. Den eigenen. Die Eltern umgehauen. Ja, das ist echt cool. Das ist, das ist hammermäßig. Hammermäßig. Ja, ja, ja. Wie würde die Tabolen sagen? Hammermäßig. Das ist geil. Oh, jetzt müssen wir mal aufpassen. Wen wollen wir töten? Okay, alles klar. Es geht nichts mehr rein. Hä? Das ist momentan die falsche Seite, Mucke. Ach, und das hätte Jascha gepfiffen, oder was, hä? 11 Meter, damit haben wir ihn. Damit haben wir alles komplett. Wieder erfüllt heute. Dankeschön. Du hättest es ja nicht hinbekommen. Dafür habe ich das Eigentor hinbekommen. Ja, bei dem warst du nicht rein. Was warst du da? Das kenne ich. Warum rennt der Spinner zurück? Ey, das hatte ich, aber das war mit den Hamburgern, oder? Nee, mit Berlin war das. Da war das dein Kalou. Ja. Was, ein Arschloch. Ja. Einfach nur hin reinschieben. Das ging mir da genauso. Ah, der Mucke. Ach. Was soll ich da noch machen? Was wollen? Ja, das geht hier weiter. Komm, klasse Flanke. Oh, nee. Nicht liegen bleiben, ne? Genau. Ei, ei, ei. Der liegt immer noch. Das gibt's nicht. Ist er verletzt? Jo. Sind wir schon bei zwei, wa? Ja. Boah, klasse. Oh, Mann. Oh, der war weg. Ja, so ist der Jascha. Fick dich, Jascha. So. Der hat nichts im Griff. Wow. Oh, der war weg. Achso, schade. 1-0 Führung für mich. Jo. Oh, Schussgenauigkeit bin ich besser. Passgenauigkeit auch. Achso, warte. Ich wollte mal kurz gucken. Mit den Verletzten. Nee, es gibt nur einen Verletzten bisher. Gut. Weiter. Bösartiges Foulspiel. Ja. 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 Das Bein da weg. Aha. So einer bist du, hä? Ah, nee. Wusste ich. Ja. Sehr gut, Adler. Da zieh ich aber mal raus. Hand. Spiel. Ja. Genau. Ach, du willst mich doch einfach kackeiern. Oh. Mitlaufen. Hilf mit dir. Hilf mit dir. Hör mal vor der Strafraumlinie. Oh. Daneben so. Lasogger. Den hält er noch. Den hält er noch. Schade. Aber eine Ecke ist auch schön. Oh, du darfst den doch nicht halten, Mann. Für was wirst du bezahlt, hä? Danke. Danke. Hallo. Ich bitte. Ich bitte. Wo ist sowas von? Ja. Guten Morgen. Zack. Oh. Ach, nee. Oh, Mann. Also langsam nervt der mich da. Nur eins zu null. Nee. Sommerhände runter. Was fällt da denn? Oh, der gibt dafür echt noch eine Karte. Kann sie das verstehen, Mucke? Ja. Nein. Das gibt's nicht. Och, das gibt's doch nicht. Was sag ich? Gladbach und Eigentore. Gladbach und Eigentore. Schon wieder ist es geklickt. Warum schaffen wir das mit Gladbach immer? Wie geht das denn? Tch. Ey, Gladbach. Was haben wir? Ey, Brot. Tch. Das gibt's ja gar nicht. Der ist ja ein richtiger Gladbach-Fluch hier. Also mindestens das sechste Eigentor. Oh, ich fliege. Ach, du auch? Ich bin auch schon einmal geflogen. Ja, ich wollte nicht mehr so viele Spieler hier spielen. Also das ist irgendwie anstrengend auf Dauer. Dauber. Dauber. Was der da alles hält. Da kann nur der eigene Verteidiger die Murmel reinbringen. Ja, ja, ja. Hamburger, geht mal bitte aus dem Strafraum. Wir wollen das gefährlich halten. Komm rauf. Ah, gut. Oh nein, da hättest du mitlaufen müssen. Ja, das ist aber nicht gefährlich. Mucke wirkt an. Gespannt. Toll, da ist doch keiner. Das wäre geil gewesen. Sehr gut. Zack. Oh, was bleibst du denn stehen, Traurig? Sag mal. Was willst du denn da pfeifen? Ich habe keine Lust mehr. Eigentor, du, wir machen was. Und der Latte rein damit. Ja, da muss man zweimal hingucken. Eigentor oder nicht. Alter, lauf, lauf weiter. Nein. Ja, du hast Sommer verletzt. Echt? Ich weiß irgendwie, wo es da gerade ein Verletzzeichen aufgetaucht. Geil. Nee, Stimmel ist tot. Also, jetzt geht es hier drunter und drüber. Oh, die Karte. Ja. Ja. Alter, jetzt sind hier nochmal Emotionen drin. Nee, meines sind verflogen. Oh, Sommer, komm. Endlich ist der Kack vorbei. Das war's. 3 zu 0 gewonnen. Was für ein Bundesliga-Wochenende. Jetzt hatten wir wirklich alles. Lupfer-Tor, Eigentor, Elfmeter, es war alles dabei. Rote Karten, gelbe Karten, viele, viele Tote, viele Tore. Kosten, Latte. Alles dabei. Das war sehr spaßig. Schlussgenauigkeit, Passgenauigkeit bin ich hier überlegen gewesen. 3 zu 0 ist Endergebnis. Ja, Freunde, wir sehen uns nächste Woche wieder. Macht euch noch einen schönen Sonntag. Ich hoffe, ihr habt fleißig getippt. Schaut euch auch die anderen Partien an. Und dann schreibt uns, was ihr demnächst sehen wollt. Wir freuen uns auf euch, wenn ihr bei der nächsten FIFA 17 Session wieder dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.